Hi, ich bin Marco von iDoc. In diesem Video zeigen wir dir, wie du den SIM-Kartenslot deines Handys austauscht. Die Reparatur ist ganz gut machbar und du solltest etwa 30 bis 60 Minuten einplanen. Wir empfehlen folgendes Werkzeug. Das benötigte Werkzeug und das Ersatzteil findest du bei uns im iDoc Store. Diese Anleitung findest du auch auf unserer Website mit detaillierten Fotos und Beschreibungen zu jedem einzelnen Schritt. Wie du dich am besten auf die Reparatur vorbereitest und wofür du welches Werkzeug benötigst, zeigen wir in diesen beiden Videos. Alle Infos, Ersatzteile und die beiden Videos haben wir unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Zu Beginn solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Halte hierfür den Stand-by und einen Lautstärke-Button gedrückt und bestätige dann das Herunterfahren. Dann kannst du die beiden Schrauben an der Unterseite entfernen. Apple verwendet hier spezielle Pentalop-Schrauben. Die Links zu allen nötigen Werkzeugen findest du in der Videobeschreibung. Das Display des iPhones ist stark verklebt. Um den Display-Kleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftfön. Du kannst den Kleber aber auch mit einem gewöhnlichen Haartrockner erwärmen. Zum Entfernen des Display benötigst du außerdem einen Saugnapf und einen Hartplastik-Plektrum. Ein iFlex ist außerdem praktisch, um in den schmalen Spalt zwischen Display und Rahmen zu gelangen. Beachte bitte, dass das iPhone nach einer Reparatur nicht mehr zu 100% gegen Flüssigkeit geschützt ist. Erhitze den Rand auf etwa 60 Grad. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Als Faustregel gilt, immer nur so weit erhitzen, dass du die warme Stelle noch ganz gut mit der Hand anfassen kannst. Durch das Erwärmen des Klebers kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn unten auf dem Display an. Ziehe nun am Saugnapf und schiebe dabei ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Wenn du das Plektrum ein bisschen hineinschieben konntest, fahre mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herum und hebele das Display leicht nach oben. Kommst du mit einem Plektrum nicht in den Spalt zwischen Display und Rahmen, kannst du dir auch ein dünneres Werkzeug wie das iFlex zur Hilfe nehmen. Pass aber auf, dass du den Rahmen nicht zerkratzt und mit dem Werkzeug nicht zu tief ins Gerät gehst. Auch wenn du mit dem Plektrum arbeitest, achte darauf, dass du es nicht zu weit ins Gerät steckst. Sei dabei besonders an der rechten Seite vorsichtig, dort liegen die Displayanschlusskabel. Erwärme den Rand immer wieder und löse nach und nach den Displaykleber. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du das Display zur Seite hin aufklappen. Klappe das Display nicht zu weit um, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Am besten lehnst du das Display gegen einen stabilen Gegenstand. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Jetzt solltest du als erstes den Akku trennen, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Entferne die Schrauben, die das Abdeckblech über dem Akkukontakt fixieren. Apple verwendet auch hier wieder spezielle Schrauben mit einem Y-förmigen Profil. Benutze hierfür einen passenden Y-Type-Schraubendreher, um die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen. Entferne die Abdeckung und lege sie zusammen mit den Schrauben auf ein Feld deiner Magnetmatte. Jetzt kannst du den Akkukontakt vorsichtig mit einem Plastik-Spudger trennen. Die Display-Einheit ist mit insgesamt drei Konnektoren angeschlossen. Löse die Schrauben, die die erste Abdeckung fixieren. Nimm die Abdeckung aus dem Gerät und löse die Konnektoren. Lass dir beim Lösen der Konnektoren genügend Zeit und pass dabei besonders auf. Achte darauf, keine Teile am Logicboard zu beschädigen. Halte das Display fest, um die empfindlichen Flexkabel nicht zu beschädigen. Das dritte Flexkabel ist etwas länger, darum kannst du das Display jetzt flach neben das Gerät legen. Löse jetzt die Schrauben des zweiten Abdeckblechs. Achte darauf, die Schrauben nicht zu vertauschen. Am besten nimmst du dir eine iDock-Magnetmatte zur Hilfe, auf der du die Schrauben und Bauteile so anordnest, wie sie auch im Gerät verbaut sind. Nimm das Blech aus dem Gerät und löse den Konnektor. Das Display ist jetzt gelöst und du kannst es zur Seite legen. Beim iPhone XR ist der SIM-Kartenleser zum ersten Mal ein separates Bauteil und kann einzeln ausgetauscht werden. Entferne dazu zunächst den SIM-Kartenhalter aus dem Gerät. Trenne dann den Konnektor und löse die Schrauben, die den SIM-Kartenleser befestigen. Eine der Schrauben fixiert eine kleine Metallklammer. Halte die Klammer mit einer Pinzette fest und löse die Schraube. Merke dir die Ausrichtung der Klammer, damit du sie später wieder richtig einsetzen kannst. Jetzt kannst du den SIM-Kartenleser aus dem Gerät nehmen. Werkzeuge und Ersatzteile gibt es bei iDoc auf www.idoc.eu. Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Setze jetzt den SIM-Kartenleser ein und achte darauf, dass er richtig liegt. Setze als nächstes alle Schrauben wieder ein. Vergiss die kleine Metallklammer an der einen Schraube nicht. Verbinde dann den Kontakt des SIM-Kartenlesers. Jetzt kannst du auch den SIM-Kartenhalter wieder ins Gerät schieben. Du solltest keinen großen Widerstand spüren, sonst kann es sein, dass der Kartenleser noch nicht richtig im Gerät positioniert ist. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Hier im Video siehst du das iPhone 8. Bei deinem iPhone ist die Vorgehensweise aber dieselbe. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber wieder richtig befestigt werden kann. Beachte aber, dass das iPhone nach der Reparatur nicht mehr hundertprozentig gegen Eindringen von Wasser geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere den Kleber flach auf dem Gerät und drücke ihn leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Lege dir jetzt das Display neben das Gerät und schließe das Kabel der Hörmuschel wieder an. Positioniere den Connector über seinem Anschluss und drücke ihn dann fest. Rutsche nicht mit dem Connector über den Anschluss, da sonst einzelne Pins beschädigt werden könnten. Lege dann die Abdeckung wieder auf und verschraube sie. Um die beiden anderen Konnektoren anzuschließen, solltest du das Display wieder gegen einen stabilen Gegenstand lehnen. So verhinderst du, dass die Kabel überdehnt werden. Schließe die beiden Konnektoren an und verschraube die Abdeckung. Achte darauf, dass du sie richtig aufsetzt, bevor du sie festdrückst. Rutsche mit ihnen nicht über die Steckplätze am Logicboard, um die Kontakte nicht zu beschädigen. Jetzt kannst du die Abdeckung wieder anbringen und mit den gleich langen Schrauben befestigen. Als letztes schließe den Akku wieder an. Positioniere den Connector über seinem Anschluss und drücke ihn fest. Setze die metallene Abdeckung wieder ins Gerät und verschraube sie. Nehme das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, bis es bündig im Rahmen sitzt. Als letztes kannst du die Pentalob-Schrauben befestigen. Dein iPhone ist jetzt repariert und wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Hochwertige Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör findest du bei uns im iDoc Store. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017